Was geht ab meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal ein Special Card bei First Guy mit einem Gast, also heute mal was ganz besonderes. Jo, was geht Leute, heute also das erste Buy First Special Card bei dir auf dem Kanal, da gab es sowas noch nicht dieses Jahr, aber ich bin gespannt, bei mir gab es sowas schon, wir haben auch eben noch eine Runde Footrapped aufgenommen und ich würde sagen, wir starten sofort, oder? Genau, da könnt ihr mal vorbeigucken und wir machen mal so ein Dual Buy First Guy, das habe ich auch noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob du das schon getan hast, ja, fangen wir einfach an mit dem Torwart direkt. Und das Ganze machen wir so, dass wir hier auf den Transfermarkt gehen und dann hier Special eingeben und dann die beliebige Position. Für mehr Buy First Guy lasst natürlich eine Bewertung da und schaut schon mal bei FIFA Gaming vorbei, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann würde ich sagen, starten wir natürlich direkt mit dem ersten Torwart. 3, 2, 1, los geht's. Und der Torwart wird heute bei mir Navas sein. Bei mir auch, Digga. Ja, okay, das... Er macht das ja irgendwie keinen Sinn, wenn wir das gleiche... So dumm. Ja, da gab es einige Probleme, deswegen fangen wir mal so an, du machst jetzt den linken Flügel und ich den Linksverteidiger. Und dann wird das, glaube ich, hier ohne Probleme gut gehen, hoffentlich, ja. Okay, 3, 2, 1 und der Linksverteidiger bei mir ist... Oh, Junge, ich hätte fast den Hero bekommen von Boca Juniors. Frag, Mann, bei mir ist das Bonaventura, ist jetzt nicht die allerbeste Linkenflügelkarte, aber okay, es ist okay, ich würde sagen, den nehme ich mit, Mann. Und wen hast du jetzt gehabt, den? Äh, Jefferson von Sport. Oh, Mann, den hatte ich auch letzten. Okay, wir haben beide den ersten Spieler drin und, ja, ich würde sagen, dann mache ich weiter mit meinem rechten Flügel. Willst du dir mal den Rechtsverteidiger machen? Äh, ja. Ja. Dann zähle ich jetzt runter und dann schauen wir mal. 3, 2, 1, wer der Rechtsverteidiger wird bei dir, der rechte Flügel. Los geht's, es ist Dirk. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Ballerinen. Junge, der kostet 200k oder so. Oh mein Gott, Alter. Junge, der Typ, übelst gehypt, ne? Ja, Mann, der ist auch... Aber der hat auch voll krank gewertet. Junge, ich hab Koit, der hat auch die übelst kranken Werte. Er hatte, glaube ich, auch mal Forster Skills, Mann, aber die Werte alle über 70, Mann. Und dafür ist der mega... Die Legende. Ja, äh, hat uns eigentlich ganz gut getroffen, Rechtsverteidiger Ballerinen. Ich hoffe, die Silberspieler sind genauso gut, ähm, wie die Goldspieler. Sonst sind sie ja meistens immer gleich eigentlich, oder? Ja, ich finde auch. Wenn die was draufhaben. Aber okay, Ballerinen sollte eigentlich stark sein, über 90 Tempo. Genau, du hattest ja auch. Dann hattest du noch. Ich hatte Teufel, Alter. Nicht das Beste, aber ist okay. Ja, okay, dann gucken wir jetzt, äh, wen willst du... Ich mach dann recht... Ich mach dann den Torwart oder so. Ja, okay, dann mach ich den Stürmer. Ja, okay, gut, das passt. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir direkt. 3, 2, 1, los geht's und... So, komm, jetzt ein geiler Torwart. Oh mein Gott, es wird... Ja, wen hast du? Ich hab Trap von PSG. Okay, ist okay. Millik, ich weiß nicht, ich hab den nicht gespielt, Mann. Vielleicht könnt ihr auch ganz geil sein. Millik, der hat eigentlich ganz gute Werbung. Ja, Mann, auf jeden Fall. Okay, ich hab hier den ersten soliden, relativ soliden Link. Hier, Koi, der passt perfekt zu Millik. Ich weiß nicht, sieht's bei dir irgendwie aus mit Chemie? Noch nicht so. Äh, geht ja noch nicht. Ich hab ja links, rechts und teilt den Torwart. Okay, bei dir passt natürlich noch gar nichts. Aber kommst... Aber die Spieler sind gut. Kommst ja in die richtige Richtung. Okay, dann würde ich sagen, wo sollen wir weitermachen? Dann willst du die Flügelspieler machen, dann mach ich irgendeinen von außen verteidigen. Ja, ja, machen wir das so, genau. Es wird jetzt spannend. Der rechte Flügel muss jetzt hier ein geiler Spieler sein. Und mal gucken, ob du Ballerinen auch bekommst. Ja, wer kann, okay. Drei, zwei, eins. Und der rechte Flügel ist bei mir. Oh, Mach-Heres. Okay, es wird Korb, Mann. Alter, mycon ist ja übelwillig. Du kostest nur 40.000. Aber ich bin auch mit Korb zufrieden. Der Typ ist eigentlich dafür, dass er so willig ist. Hat er auch richtig gute Werte. Außer seinen Schusswert ist jetzt nicht ganz so gut. Der rechte Flügel ist jetzt zwar nicht so stark, aber wenigstens spielt er in der Barclays Premier League. Bei dir sieht das, wie sieht das bei dir aus? Ja, keine Ahnung. Da passt alles noch nicht zusammen. Ich bin gespannt. Vielleicht irgendwie ein Bundesliga-Innenverteidiger oder so. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Ich mit meinem Linksverteidiger, du mit dem linken Flügel, oder? Okay, dann komme ich jetzt zu meinem Linksverteidiger. Du kommst zu deinem linken Flügel. Dann würde ich sagen, los geht's. Drei, zwei, eins. Los und... Oh, oh, ja, okay. Nolito von Celta Vigo. Bei mir wird es Mon D. Ja, okay. Nicht damit geplant. Ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Mann, was sollt. Wir nehmen ihn nachher mal mit. Der kostet auch eigentlich gar nicht. Es hätten wir noch Corsava gehabt. Okay, Mon D ist auch im Team. Wie sieht es bei dir aus? Chemietechnisch? Ja, chemietechnisch nicht, aber ich bin zufrieden mit den Spielern. Es geht auf jeden Fall klar. Sollen wir weitermachen? Ich würde sagen, keine Ahnung, willst du irgendeinen Innenverteidiger machen? Wollen wir mit einem Innenverteidiger oder so und du mit einem ZM? Ja, würde ich sagen. Die Verteidigung wird jetzt fast abgeschlossen von mir und bei dir kommt der erste Mittelfeldspieler. Drei, zwei, eins. Los geht's. Und es ist Boateng. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Godin von Atletico. Godin, bei mir ist es auch ein richtig kranker Spieler und zwar Guarán oder Guarín, Mann. Guarín? Ja, das ist nicht schlecht. Nice. Ah, da wäre noch De Boer. Ja, der wäre auch nicht schlecht. So, Godin als Innenverteidiger sieht schon mal richtig stark aus und bei dir ist das ja auch nicht schlecht. Guarín passt auch gut rein, hat sogar einen Link zu Bonaventura, aber hat leider auch keine Forster-Skills mehr wie im letzten Jahr. Aber ich würde sagen, ich mache weiter auf der rechten Seite im Zentralmittelfeld, dann machst du den rechten Innenverteidiger. Okay, dann komme ich jetzt zum rechten Zentralmittelfeldspieler, du zum rechten Innenverteidiger. Los geht's. Drei, zwei, eins und go. Wer wird es sein? Es ist um Titti. Es wird Hamzik. Okay, so sieht es bislang aus. Hamzik passt jetzt nicht ganz so gut rein. Zwar Guarín da hinten, aber den verlinkt er leider nicht. Naja, okay, ich würde sagen, ich mache mal weiter meiner Innenverteidigung. Dann kannst du die Zentralen Spiele machen, oder? Dann gucke ich mal, was ich da bekomme. Der erste Mittelfeldspieler jetzt bei mir und bei dir der erste Innenverteidiger. Okay. Drei, zwei, eins. Wer wird es sein? Es ist... Och, du Scheiße, Darsilber, der Typ hat 32 Tempo. Darsilber, oh Gott, ich habe Bruno mit 58 Tempo, aber wenigstens aus der Spanischen Liga. Okay, meiner spielt den Mexiko oder so. Ja, also der Bruno steht, der Spanier gibt hier einen spanischen Link. 51 Chemie aktuell, wie sieht es bei dir aus? Darsilber steht auch auf jeden Fall, aber ist nur 81 groß. 35 Chemie habe ich, also sieht gar nicht gut aus. Ah, bei mir geht es durch. Okay, jetzt deinen zweiten Innenverteidiger und ich, mein zweites ZM. Suchen wir einfach mal. Okay, ich würde sagen, wir suchen direkt meinen Innenverteidiger, deinen rechten ZM. Los geht's. 3, 2, 1, go! Und es ist, bitte... Es ist ein Kulu. Oh, Davis. Okay, das ist nicht schlecht, ein Kulu. Ich habe Davis wegen Barca's Premier League. Ist auch nicht schlecht. Trifft mich das auch ganz gut, ja. Okay, ich habe 44 Chemie. Ihr seht, ich habe gerade ein Kulu und David Silva getauscht. Wir haben das jetzt so gemacht, also wenn es bessere Chemie gibt ein bisschen, dann kann man die Position auch ein bisschen untereinander tauschen. Ich würde sagen, ich komme zu den letzten Positionen. Wen machst du zuerst? Was hast du noch übrig? ZM und Störner. Okay, ich habe noch Torwart und ZM. Dann würde ich sagen, fängst du an beim ZOM. Ich mache Torwart. Es wird interessant, das Team wird jetzt fast abgeschlossen. Die vorletzten Spieler. Bei dir der Torwart, bei mir der ZM. Okay. Mal gucken. Komm, jetzt hier so einen geilen Offensivspieler. 3, 2, 1. Es ist... Los geht's, es wird... Oh mein Gott. Ich habe Philippe Andersson. Mich hat das richtig gut getroffen. Jetzt hier mit Philippe Andersson, richtig kranker Typ. 93 Tempo und ja, bei dir sieht es ja auch ganz gut aus. Es geht klar, 47 Chemie habe ich jetzt. 47, ich habe 54 und jetzt kommen wir zum letzten Spieler. Bei dir der ZM, bei mir der Stürmer. Es wird interessant. Okay, dann kommen wir zum letzten Spieler. Ich würde sagen, ein letztes Mal. Los geht's. 3, 2, 1 und go. Oh, es ist... Oh, es ist Mali. Bei dir? Bei mir ist es Long von Southampton. Okay, der Mali passt jetzt auch nicht ganz so gut rein, Mann. Ich habe ja den Bundesliga-Verteidiger, aber Mali bringt mir auch nicht viel. Okay, so sehen die beiden Teams letztendlich aus. Ihr habt es gesehen. Ich habe noch ein bisschen rumgetauscht. Ich habe jetzt 59 Chemie. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe 57, aber dafür habe ich kranke Spieler im Team, sage ich mal. Okay, dann würde ich sagen, starten wir das Spiel direkt, oder? Dann geht es jetzt ins Spiel und dann schaue ich mir mal dein Team nochmal genauer an. Ich deins auch, Alter. Man hört das Ganze immer, aber wenn man das Ganze so sieht... Oh mein Gott, Alter. Der Ballerin, der sieht so krank aus, ne? Ja, Mann. Risikatisch, oder? Alter, bei dir sieht das... Aber bei dir hat... Du hast ja zwei Gründe in Lengs. Ja, deswegen. Aber bei dir sieht das von der Chemie her alles irgendwie besser verbunden aus. Trotzdem habe ich irgendwie mehr Chemie. Ja, ich habe halt ein Grün. Okay, wir gehen jetzt ins Spiel. Mal gucken, wer gewinnt. Was geht's? Am Ende muss abstoßen. Nicht. Okay. Jetzt kommt Bruno hier. Auf Long. Oh shit. Was macht mein Apfel denn? Long. Schuss! Pantidimus 2,05 Meter oder so. Egal, komm, geh her in. Komm, komm, komm. Ah, Junge. Okay, erster... Das war echt die erste gute Möglichkeit nach 20 Minuten, ey. Was ist hier eigentlich los? Läufe. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Oh, geraucht da, ey. Komm, 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 mach ihn. Er kriegt ihn noch mal. Jetzt aber. Und jetzt aber, ey, Trapp ist einfach zu gut. Was ist das denn, Alter? Ja. Keine Ahnung, Junge. Dieser Maris, Junge. Jetzt, jetzt, jetzt. Ey, dieser Typ ist so schlecht, Alter. Könnten wir sagen, was ihr wollt. Oh, fuck. Er hat's auf den schlechten Maris, Alter. Kriegt er eh nicht. Doch, doch. Kriegt er noch. Danke. Oh, der... Alter, der hat was Neigentor gemacht. Fassene Eigentor, Alter. Was macht er? Jefferson hier, der Kapitän. Der macht das gut. Oah, schon wieder fassene Eigentor. Jetzt will's, Alter. Jetzt kommst aber an deine Chance. Du hast die gleiche, ne? Achso, war gar kein Neigentor. Ähm... Äh, äh, äh... Habt ihr ja nichts gemacht. Den... Hast du gesehen? Der hätte einfach... Ja, ich weiß es. Der hätte einfach weiterlaufen lassen. Der ist in mich reingelaufen. Ich hatte mit nichts zu tun, Mann. Ja, hätte er weiterschwellen lassen, aber wäre er auch. Ja, okay, wäre er auch. Dann hast du aber recht. Komm, Jefferson. Ja, Pantini Mocha. Ich kann keine Elber. Pantini Mocha. Pantini Mocha. Weißen weitergegangen, ey. Der hat ja gar nicht mehr reagiert. Jetzt, 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 jetzt. Long, long. Oh, shit. Gib da ihm. Long, Schuss. Oh Gott, oh Gott. Komm, komm, locken. Das könnte jetzt was sein. Ja, das muss ihn reinmachen. 2 zu 1. Das war echt gut rausgespielt, Mann. Oh, Milligan für ein eiskalter Torjäger. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er reingeht, Mann. Der war echt richtig knapp. Aber das war auch gut rausgespielt, muss man sagen. Oh. Ja, okay, okay. Freistoß. Alter. Nehmen wir natürlich gerne. Scheiße, das ist gefährlich, Mann. Könnte es gefährlich werden. Jefferson D macht, ne? Ne, die tut es besser. Komm, jetzt probieren wir mal hier. 86 Freistöße und... Oh Gott, Alter. Meister stark. Digger. Nochmal. Spiel long und was für ein Schuss. Oh, besser als gedacht. Vielleicht nochmal eine Möglichkeit hier. Schön auf Marez. Jetzt. Er kann seinen Fehler wieder gut machen. Er kann ihn gut machen. Schuss. Und oh mein Gott, ich nehme es zurück. Tut mir leid, Alter. Der Typ entscheidet hier noch. Ja, was heißt entscheiden? Oh, Junge, ich habe noch die Gage eingesetzt. Das war so ein Zentimeter. Guck mal. Ich dachte, der erste... Ah, den macht er wahrscheinlich nicht, aber... Habe ich mich getäuscht? Habe ich mich getäuscht? Ich hatte die letzte Chance, ja. Oh, mach ihn, mach ihn! Oh, nein, nein, nein. So ein Typ. Er kommt dem Bayern einfach drei Mal, oder? Einfach ein FIFA 16-Tor, Alter. Tut mir leid, Alter. Das war echt... Ja, egal. Das war das mit dem Ding. Der will die Mitte Hacke spielen. Der kommt sogar noch perfekt an. Hast du diesen Pass gesehen? Was ist das eigentlich für ein Box-Burn-Aventur? In der 90. oder 87. Spielt der die Mitte Hacke. Ja, das war's. Spiel ist aus. Hab verkackt. War auf jeden Fall ein kranker Spielmann. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, Alter. Es gab wirklich richtig viele Torum-Szenen. Millik-Spieler des Tages hat er sich auch sowas von verdient. Naja. Kann man nichts machen. Das Team war scheiße. Wird alles abgestoßen. Wir sehen uns nächstes Mal. Schaut bei FIFA Gaming vorbei. Macht's gut. Und lasst so eine Bewertung da. 4.000 Likes werden krank für so ein Bye-For-Sky-Special. Okay. Jungs, haut rein. Macht's gut. Und ciao. Ciao.